ich freue mich schon auf das internationale wochenende tolle spiele stehen an und hoffentlich auch eine unterhaltsame sendung wir haben einiges im programm vor allen dingen einen hessischen bub der praktisch in jedem land zu hause ist hallo marcel ja hallo karsten das einzige internationale an dir ist die frisur ja aber dies neu also sagt uns deine auswertung dann können wir dir auf die schulter klopfen ja genau neun von zwölf richtigen tipps am vergangenen wochenende also hat sich ja bis zum dienstag gezogen bis zum turiner derby torino gegen juve und tatsächlich neun von zwölf also eine richtig gute quote dieses mal erwischt und ich bin sehr zufrieden damit ja und wir erst und wie er ist aber wir gehen jetzt gleich weiter rein in das nächste wochenende mit einem spiel was elektrisiert sechs gegen drei immerhin liverpool gegen manchester united club gegen ten haag der ja schon auch einen titel gewonnen hat mit dem karabau cup wie siehst du dieses spiel ja ist natürlich erst mal ein hass derby also sich zwei rivalisierende mannschaften treffen aufeinander dann sportlich steht auch einiges auf dem spiel weil für beide mannschaften geht es um viel liverpool hat ja nach wie vor die chance richtung platz vier zu schielen ja man mag es gar nicht glauben weil sie bislang wirklich eine enttäuschende saison spielen aber sie haben dann doch nur sechs punkte rückstand auf den tabellen vierten haben zudem noch ein spiel weniger absolviert deswegen ist da wieder alles möglich in richtung champions league platz und manchester united ja der rückstand nach ganz oben zu arsenal der wird zwar immer größer aber sie wollen natürlich in den stadtrivalen manchester city noch einholen sie wollen auch auf jeden fall diesen dritten platz festlegen das heißt es steht viel auf dem spiel beide mannschaften kommen mit einer guten form muss man so sagen zumindest auf nationaler ebene denn liverpool hat zehn punkte aus den letzten vier spielen geholt hat dabei sogar viermal in folge zu null gespielt jetzt am mittwochabend gab es erst einen 2 zu 0 heimsieg gegen wolverhampton und ja manchester united ist ebenfalls gut drauf denn die sind allgemein spielen starke saison haben barcelona zuletzt rausgeschmissen sind pokal weitergekommen obwohl sie zwischenzeitlich hinten lagen 0 zu 1 gegen west ham united und deswegen gehe ich mal davon aus dass hier beide Mannschaften zum tor erfolg kommen ja das ist mein tipp ich sage beide treffen und es werden im spielverlauf mindestens drei tore fallen ja das heißt obwohl jaden sancho trifft jaden sancho wird spielen ob man von anfang an spielt weiß ich nicht ich gehe mal davon aus weil er jetzt geschont wurde unter der woche allgemein jaden sancho ich freue mich natürlich als dortmunder fan sehr dass der ehemalige dortmunder wieder zu seiner form zurückgefunden hat jetzt auch schon ein paar tore geschossen hat und er ist natürlich auch sehr wichtig für das offensivspiel der red devils und noch mal zu meinem ausgangstipp ich sage wie gesagt beide treffen und über 2,5 tore 1 87 ist die quote und damit gehe ich vielleicht ein bisschen gegen den trend oder gegen die statistik die ja zum beispiel besagt dass manchester united tatsächlich nur oder in fünf der letzten sechs auswärts spiele an der enfield road kein einziges tor erzielen konnte ja deswegen ich sage dennoch unter dem strich manchester united hat hier auf jeden fall das potenzialen tor zu erzielen auch und das vielleicht noch als letzter fakt united nur eines der letzten neun premier league spiele gegen liverpool gewinnen konnte ja deswegen halte ich mich fern von dem drei wegmarkt und sage es fallen tore 1 87 beide treffen und über 2,5 no jokes with names das ist ein grundsatz an dem ich mich eigentlich grundsätzlich halte ich mache jetzt heute mal eine kleine ausnahme graham potter der trainer von chelsea ist bis hierhin wirklich nur ein zauberlehrling seine bilanz desaströs chelsea spielt gegen leeds und leeds hat einen neuen trainer genau den spanier javi grassia auch schon gewisse erfahrungen im englischen fußball gesammelt er war unter anderem trainer bei watford auch damals ging es ihm schon eher um die defensive das heißt er ist jetzt nicht der typische trainer der ähnlich wie sein und einer seiner vorgänger marcelo pielzer sehr offensiven fußball spielen lässt sondern es geht darum dass die mannschaft jetzt einen defensiven trainer gebraucht hat der den klassenerhalt schaffen kann mit leeds united dementsprechend glaube ich auch dass leeds united einen etwas anderen ansatz wählen wird gerade an der stanford bridge ja werden sie jetzt nicht darauf losstürmen kann ich mir nicht vorstellen stattdessen muss man ja sagen chelsea weiter nur weit hinter den erwartungen zurück ja nächste woche steht das champions league rückspiel an gegen dortmund das hat vielleicht sogar priorität muss man sagen denn in der liga geht es nicht mehr in die champions league das steht jetzt eigentlich schon fest deswegen müssen sie eigentlich die champions league gewinnen um nächstes jahr in der königslasse mit dabei zu sein und dementsprechend glaube ich schon dass crane potter vielleicht den fokus eher auf dieses champions league rückspiel gegen dortmund legen wird übrigens carsten natürlich haben wir auch am sonntag wieder zwei sendungen dienstag mittwoch alle champions league spiele die wir analysieren gemeinsam und mein tipp zum spiel chelsea gegen leeds ich sage 1x also chelsea wird zumindest einen punkt holen und das in verbindung mit dem unter 3,5 zu einer quote von 1 65 und dazu ist vielleicht noch gesagt in den spiel mit chelsea fallen in der laufenden premier-league-saison die wenigsten tore ja das zum einen und zum anderen leeds ja acht von zwölf auswärts spielen verloren auch wenn sie zuletzt das debüt unter chassia gewonnen haben glaube ich nicht dass jetzt mit drei punkten aus london zurückkehren ein weiterer spanischer trainer der spanische trainer katalane ja ich weiß pep guardiola manchester city gegen newcastle ja für manchester city ist es erst das vierte premier league heimspiel im kalenderjahr 2023 die bisherigen drei heimspiele konnten sie aber allesamt gewinnen allgemein stehen sie ja mit fünf siegen aus den letzten sieben partien eigentlich ganz gut da und ja das hinspiel zwischen city und newcastle das war ein spektakuläres 3 zu 3 ja und das war übrigens auch das einzige spiel in der laufenden saison wo newcastle mehr als zwei gegentreffer kassiert hat ja allgemein gab es nur zwei mannschaften die mehr als ein tor gegen newcastle schießen konnten und das war zweimal liverpool und einmal manchester city im hinspiel dementsprechend stellt newcastle weiterhin die beste defensive der premier league erst 15 gegentreffer kassiert und ich glaube deswegen dass city zwar gewinnen wird aber es wird nicht so deutlich ausfallen und es werden noch lange nicht so viele toren fallen wie im hinspiel und deswegen kombiniere ich den heimsieg der citizens mit dem unter 4,5 also maximal vier treffer im spielverlauf und dafür gibt es eine quote von 1,80 bei uns gibt es ja ein wunderbares gewinnspiel nämlich den predictor da spielt marcel übrigens auch mit und hier haben wir die drei gewinner vom letzten monat könnt ihr euch mal anschauen und vor allen dingen sollte die euch ein beispiel daran nehmen einfach mal mitzumachen es braucht da keinen einsatz sondern einfach nur mit der e mail anmelden und schon geht's los und jetzt sind wir in der primäre division jetzt sind wir in spanien und zwar beim spiel real betis gegen real madrid madrid zuletzt unentschieden im derby gegen atletico aber barça schwächelt und vielleicht können sie das ja ausnutzen ja karsten was heißt barça schwächelt meinst du jetzt weil barcelona ein spiel verloren hat in almeria dass sie schwächeln also ich werde ein bisschen vorsichtig ich glaube barcelona wird sich das ding in der regel nicht mehr nehmen lassen in der laufenden la liga saison ja betti civil hat zuletzt eigentlich ganz gute ergebnisse eingefahren dreimal in folge gewonnen in la liga allerdings haben sie dabei auch einige gegentreffer kassiert ja zweimal haben sie glaube ich drei zu zwei gewonnen einmal zwei zu eins gewonnen das heißt immer auch gegentreffer kassiert und zudem muss man sagen sie haben gegen real madrid in der vergangenheit vor heimischer kulisse eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen zumindest wenn es darum geht tore zu erzielen denn drei der letzten fünf heimspiele hat betti civil gegen real madrid mindestens zweimal getroffen ja und bei real madrid darf man nicht vergessen dass sie eben ja ich sag mal unter dem strich nicht die absolut überzeugendste saison spielen ja der ein oder andere abwehrspieler fehlt verletzt und dementsprechend glaube ich tatsächlich dass real madrid hier mindestens ein gegentor kassieren wird und aber auch natürlich mindestens ein tor erzielen wird und deswegen lautet mein tipp zu einer quote von 1 80 beide treffen atletico gegen sevilla kurz und knapp bitte da mache ich wirklich kurz und knapp ich sage dass es hier eine torlose erste halbzeit geben wird ja genau das ist mein tipp 2 70 0 0 in der ersten halbzeit denn atletico madrid tatsächlich zuletzt fünfmal in folge mit einem 0 zu 0 in die kabine gegangen und sevilla ja auswärts schwach zwei siege nur geholt fünfmal schon verloren vier unentschieden und seit mitte oktober das vielleicht als interessanter punkt seit mitte oktober in der liga sieglos der fc sevilla und ähm ja und deswegen sage ich es werden wenige tore fallen und der ersten halbzeit wahrscheinlich gar keins und diese 2 70 ist natürlich mit einem gewissen risiko verbunden aber warum nicht mit einem kleinen einsatz mal darauf gehen barcelona spielt gegen valencia ja da ratter ich jetzt einfach mal gebetsmühlenartig die statistik runter die ich eigentlich immer bei barcelona erwähne denn ja sie haben bei 18 den 19 saisonsiegen sind maximal vier tore im spielverlauf gefallen sie haben 16 ihrer 19 saisonsiege zu null geholt ähm sie stehen bei insgesamt erst einem einzigen gegentor vor heimischer kulisse ja neun siege zwei unentschieden 24 zu 1 ist das torverhältnis und bei allen neun heimsiegen wäre die wette auf den barcelona sieg inklusive unter 4,5 toren durchgegangen und deswegen nehme ich genau diesen tipp auch diesmal wieder 1 80 sieg barcelona unter 4,5 und was ich vielleicht abschließend noch erwähnen will valencia ja sie stecken im abstiegskampf drin und sie sind das drittschwächste auswärtsteam der la liga ja erst einen einzigen auswärts sieg geholt und erst acht tore in der fremde geschossen wir sind in italien und wir sind beim spitzenspiel am sonntagabend broma gegen juventus darf ich übrigens begleiten und bei diesem spiel kommt mal wieder ein name ins gespräch den man natürlich nicht vergisst jose morinho er hat mal wieder einen schiedsrichter beleidigt den vierten offiziellen ist zwei spiele gesperrt natürlich das ist auch durchgehend bei ihm liegt die schuld bei einem anderen nämlich beim schiedsrichter das thema ist schon auch etwas was man mit einem trainer besprechen sollte nämlich mit marcel jose morinho ist natürlich ein sehr emotionaler mensch ja also da bin ich eben doch durchaus gleich an der seitenlinie wobei ich mir ein credo gesteckt habe als trainer als co trainer wie auch immer persönliche beleidigungen gegen gegner offizielle wie auch immer fans das ist absolutes tabu das ist einfach so da kann die emotion emotion noch so sehr hoch kochen aber das gehört sich einfach nicht und bei morinho ist es ja schon die dritte rote karte in der laufenden saison ja und das ist dann schon ein verhalten wo sich vielleicht doch das special worden aus portugal mal ja zumindest hinterfragen sollte die alte dame hingegen ist ein bisschen aufgepimpt 4 zu 2 im torino derby mit einem pop back also papa ist wieder zurück eingewechselt worden nach einer ewigkeit also man hat ja schon vergessen wie er ausschaut aber juventus turin spielt jetzt auch vernünftigen fußball sind die deshalb für dich auch favorit in roh sie sind zumindest nicht der außenseiter also sage ich mal so du hast es angesprochen sie haben jetzt einen guten aufwärtstrend hingelegt in der serie haben jetzt schon wieder viermal in folge gewonnen dreimal davon auch zu null das heißt wir wissen ja noch ja im herbst oder im winter hatten sie eine richtig gute serie vorzuweisen damals waren es glaube ich acht spiel in folge die sie gewonnen hatten sechs oder sieben davon zu null deswegen juve kann sich einen rausspielen das denke ich schon natürlich darf man nicht vergessen dass sie jetzt auch nächsten donnerstag wieder europa league haben aber das geht der roma natürlich genauso und die roma ja die hat am dienstag gegen cremonese mal richtig einen auf die nüsse bekommen wenn ich das mal so auf gut deutsch sagen kann denn cremonese bis dahin noch sieglos gewesen in der serie a und jetzt sind sie pokal gegen diese mannschaft rausgeflogen gegen das schlusslicht der serie ja und auch in der liga haben sie verloren und das ist natürlich etwas was schon am selbstvertrauen auch nagen kann wenn gleich die roma zu hause natürlich deutlich stärker einzuschätzen ist als in der fremde denn zu hause haben jetzt auch in der liga viermal in folge gewonnen auch da alle zu null und dementsprechend geht meine tendenz hier in zwei oder ja ich splitte die in zwei ansätze denn ich sage juventus wird das spiel nicht verlieren doppelte chance x2 und es werden maximal zwei toren fallen im spielverlauf also x2 in verbindung mit dem unter 2,5 und dafür gibt es dann eine quote von 2 10 die fiorentina empfängt milan florenz in der serie a eigentlich zum vergessen also da passiert nicht viel aber eine absolute pokalmannschaft sind im pokal halbfinale sind international noch dabei also die können kicken das kann ich nur bestätigen nur bringen sie das in der serie a zu wenig auf den rasen hundert prozent richtig ein sehr guter punkt carsten luna ansprichst denn ich könnte mir tatsächlich vorstellen dass die fiorentina jetzt auch den fokus eher auf diese beiden pokal wettbewerbe legen wird denn dass sie über die serie a noch das internationale geschäft erreichen für die kommende saison das ist relativ unwahrscheinlich und ja sie sind der conference league dabei spielen dort gegen sieverspor aus der türkei im achtelfinale auch nächsten donnerstag übrigens und deswegen könnte ich mir vorstellen dass da eher so ein bisschen die priorität drauf liegt und dementsprechend glaube ich auch dass milan hier bessere chancen hat das spiel zu gewinnen wenngleich man sagen muss dass milan ja an der fremde auch ganz gerne mal punkte liegen lässt aber zuletzt lief es gut drei liga siege in folge dreimal sogar zu null gespielt haben mit junior messias wieder einen stürmer da vorne drin der jetzt zuletzt regelmäßig getroffen hat ja also auch jemand der den man auf jeden fall auf der rechnung haben muss aber auch hier ist vorsicht geboten denn milan bestreitet ja ebenfalls nächste woche das rückspiel in der champions league gegen tottenham das heißt da weiß man auch nicht so ob die spieler noch mit 100 prozent mit dem kopf bei diesem serie a spiel sind und deswegen gehe ich hier nicht auf den drei weg markt sondern weiche auf den zwei weg markt aus und sage dementsprechend dass ich mich gegen das unentschieden das potenzielle unentschieden absicher aber trotzdem das draw nor bett zwei anspiele quote liegt hierfür bei 1 72 und noch ein wort zu junior messias der war ja vor wenigen jahren noch amateurspieler also in den untersten liegen war er unterwegs ein kometenhafter aufstieg also schon auch sehr interessant die laufbahn von junior messias morizio sari der begründer des sarismo ist aktuell trainer von lazio rom und der reist nach neape ja da war ja auch drei jahre coach und mit leidenschaft hat da auch seine spuren hinterlassen aber neapel ist aktuell wirklich das maß aller dinge wettest du dagegen massel definitiv nicht ja warum neapel das ist angesprochen das maß aller dinge nicht nur in italien meiner meinung nach sondern auch international sind sie momentan vielleicht eines der top drei teams überhaupt das heißt selbst eine champions die könnte es für sie weit gehen sofern sie im viertelfinale eben nicht gegen dortmund spielen aber ich muss sagen ja ja karsten jetzt wird's blöd neapel neapel auch hier gebetsmühlenartig ratter ich die statistiken runter ähnlich wie bei barcelona neapel neapel 19 der letzten 20 ligaspiele gewonnen neapel zuletzt acht siegen folge sechsmal davon zu null zu hause stehen sie bei einer bilanz von zehn siegen ein unentschieden und null niederlagen 31 zu 8 ist das torverhältnis das heißt fast drei tore haben sie im schnitt erzielt der sieg vorsprung bei heimspielen betrug über zwei tore im schnitt und dementsprechend hat lazio zwar eine gute auswärtsmannschaft haben schon sechs auswärtsspiele gewonnen allerdings haben auch sie die conference league vor der brust nächsten donnerstag mit einem schweren spiel gegen altmar aus holland und wenn man dazu noch weiß dass vielleicht als wichtigster fakt den man hier noch erwähnen kann dass lazio die letzten fünf serie a gast spiele in napoli allesamt verloren hat dann geht meine tendenz auch diesmal ganz klar in richtung heimsieg ich sage 1 65 ohne jeglichen schnickschnack sieg neapel und kassen lass mich das noch kurz sagen ich tease das mal gerne wieder an vor dem von dem rückspielen in der champions league im achtelfinal gegen frankfurt werden wir uns noch mal intensiv mit neapel auseinandersetzen ja wir werden da so eine art aufschlüsselung machen warum ist neapel so gut welche spieler spielen eine ganz besondere rolle in dieser mannschaft und wie weit kann es in dieser saison noch gehen für neapel all das werden wir beide gemeinsam besprechen wir gehen aber jetzt in die league 1 und da sind wir bei rennen gegen marseille marseille ausgeschieden im pokal gegen anessie jetzt fragt ihr wo liegt denn anessie anessie ist praktisch ein ski ort in frankreich in den alpen da muss man auch erst einmal im pokal verlieren ja zumal marseille auch in der 96 minuten erst dass es den ausgleich gemacht hat er überhaupt in diese verlängerung beziehungsweise elfmeterschießen sie gebracht hat und man hat schon so ein bisschen das gefühl dass marseille durch diese niederlage am vergangenen wochenenden diesen 0 zu 3 gegen psg dass das noch wirkungen zeigt nachwirkungen zeigt denn man muss sagen igor tudor hat sich in diesem spiel komplett vercoacht ja also wenn ich so aggressiv verteidige meine letzte linie derart hoch steht und ich aggressiv vorne drauf gehe und dann laufe ich dreimal in den konter gegen bapé gegen messi dann ist das schon ein bisschen naiv gewesen aus marseilles sicht hat er sich sich und seine mannschaft vielleicht ein stück weit überschätzt aber jetzt erwartet sie eine ebenfalls schwere aufgabe bei start renn und das ist immerhin die beste heimannschaft der liga und marseille die beste auswärtsmannschaft das vielleicht als wichtigster fakt platz eins der heimtabelle trifft auf platz eins der auswärtstabelle und in vielen letzten sechs direkten duelle dieser beiden mannschaften hat eben auch das heimteam gewonnen ja und deswegen würde ich hier nicht unbedingt auf marseille betten aber ich sage unter dem strich weil sich eben zwei offensive mannschaften gegenüberstehen zwei selbstbewusste mannschaften gegenüberstehen fünf gegen zwei in der tabelle dass hier über tore fallen also über 2,5 ist mein tipp quote liegt bei 180 wir kommen zum nächsten champions league gegner der bayern psg ja das rückspiel steht an und da gibt es eine wichtige info zum thema psg kim pembe ist verletzt und zwar wirklich schwer verletzt der wird nicht mehr eingreifen psg hast du schon thematisiert hat gewonnen bei dem wirklich spitzen spiel in marseille und jetzt spielen sie zu hause gegen nord der sieg für psg war extrem wichtig in der vergangenen woche denn dadurch kommen sie sich die verfolger so ein bisschen vom leib halten und das war insofern wichtig als das jetzt wieder den fokus komplett auf die champions league leben legen können das heißt nächste woche das rückspiel gegen bayern auch das wenn wir natürlich wieder intensiv analysieren unter anderem natürlich auch wieder mit unserem frankreich experten alexis menu steht die letzten informationen personell hat dazu zu paris und weil eben dieses wichtige spiel vorheimischer kulisse gegen die bayern ansteht glaube ich dass trainer galtier auch diesmal wieder schonen wird ja und der psg muss man sagen sie haben in acht von zwölf heimspielen mindestens einen gegentreffer kassiert und vor allen dingen haben sie nur eines der letzten fünf league heimspiele mit mehr als einem tor unterschied gewonnen das heißt gerade dann wenn sie ein bisschen geschont haben sie ein paar kräfte draußen gelassen haben dann muss oftmals doch knapper als erwartet und genau das denke ich auch von dem nächsten spiel gegen nord und sage dass nord das spiel maximal mit einem tor unterschied verlieren wird also nord plus zwei als handicap wette zu einer quote von 2,0 und wir sind beim thema aus aller welt und lande auf einmal bei christiano ronaldo ja aus aller welt ist er jetzt nämlich bei allen nasser und allen nasser spielt gegen albatin also jetzt bin ich mal gespannt was du da rausholst marcelo ja kassen vielleicht erst mal kurz zur zur erklärung für alle zu sehr karsten nervt mich wirklich jede woche mindestens dreimal mit einer whatsapp wann kannst du bitte endlich wieder über christiano ronaldo berichten wann kannst du wieder allen nasser mit dazu nehmen und jetzt habe ich ihm diesen wunsch einfach mal erfüllt denn christiano ronaldo spieler des monats geworden spieler des monats in der saudi arabischen liga spreche so außerhalb der sendung nie mit masse ja aber ja die einen sagen so die anderen so aber christiano ronaldo spieler des monats in saudi arabien geworden das ist natürlich eine auszeichnung die er sich schon lange gewünscht hat und man muss sagen letzte woche hat er zum ersten mal richtig eingeschlagen ja beim 3 zu 0 sieg seiner mannschaft hat er alle drei tore erzielt und jetzt geht es gegen den tabellenletzten also albatin tabellenletzter schon das hinspiel hat alnasser 4 zu 0 gewonnen die quoten liegen momentan auf dem drei weg markt bei einer 1,05 auf den heimsieg von alnasser deswegen werden wir da nicht wirklich fündig bei einer passenden wette stattdessen gucken wir natürlich auf die wichtigste personalie auf christiano ronaldo und sehen da dass es für einen doppelpack von ihm gerade mal eine 1,60 gibt das heißt die buchmacher gehen davon aus dass cr7 auch diesmal wieder das spiel dominieren wird ich bin mit der 1,60 natürlich nicht unbedingt einverstanden sage aber stattdessen dass christian ronaldo abermals das 1 zu 0 seiner mannschaft erzielen wird das heißt cr7 erzielt das erste tor des spiels das ist mein tipp quote diktieren für bei einer akzeptablen 230 herrlich da haut er noch mal einen raus zum schluss so wir gehen in die übersicht der tipps von marcel und noch mal zur erinnerung neun von zwölf war letzte woche seine ausbeute also insofern da ist immer einiges drin an fachwissen wie ihr heute auch sehen und hören konnte ich bedanke mich bei marcel wünsche euch ein schönes und erfolgreiches wochenende und